Norddeutscher Rundfunk 2021 Kannst du auch nicht schlafen? Nee. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Ich wünsch mir, dass du nicht immer zuhause rumhängst. Dass du dich einfach rausschleichst. Ja, ich bin gleich da. Ich will nicht wissen, wo du bist. Ich wünsch mir, dass Papa dich abholen muss. Weil du viel zu viel getrunken hast. Ich bin so leid. Das ist okay. Ich wünsch mir, dass du die Schule schleifen lässt. Weil dir alles andere wichtiger ist. Weil es dir scheißegal ist, was ich davon halte. Ich wünsch mir, dass du hier heimlich eine Party feierst. Und dass du diesem Mädchen endlich sagst, dass du sie liebst. Und dass du diesem Mädchen endlich sagst, dass du sie liebst. Und dass sie dir das Herz bricht. Und dass du das Herz bricht. Und dass du dann losziehst. Ich mag dich auch. Es ist schuld. Ich wünsch mir einfach, dass du deine Jugend zurückbekommst. Und es ist jetzt oder nicht. Ich werde nicht immer noch leben. Ich möchte nur leben, während ich bin. Mein Herz ist wie eine Öffentlichkeit. Wie Franky sagte, ich habe es mir gemacht. Ich möchte nur leben, während ich bin. Ich meneere, mein Herz ist mir richtig schnell drin, wird ich bin. Ich kann mir immer noch leben. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.